Ja, es ist einfach ein Lebenstraum von mir gewesen. Und dass ich dieses Monoskifahrer auch noch machen kann, das ist natürlich noch einmal um ein Glas Herrer, weil ich glaube, das ist einfach ein Highlight im Leben. Da haben wir Hingabe drauf und jetzt haut es hin und ich freue mich total drauf und es ist einfach grenzgenial. ARD Text im Auftrag von Funk Musik 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 Musik